Hallo und herzlich willkommen beim RedDogs! Direkt mit Farming Simulator 17! Und ja im Untergrund Das sind die 7 Cent! Ja wir sind gerade live mit Kollegen mit Skype! Viel Spaß dabei! So! Jetzt starten wir weiter unsere Karriere! Oh Entschuldigung! Ich habe heute zu Gast! MML Productions! Mein Partner! Der Michi! Und? Und? Aber jetzt sehen wir halt nur einer davor! Der Michi! Ja hier ist der Dennis! Dennis aus unserem Bekanntkreis! Aber Jonas sieht man nicht! Und? Ja, der Dennis ist auch weg! Hallo Dennis! Wo bist du? Daher kommt sicher auch! Du bist sicher! Das Bild ist weg von Dennis! Jetzt ist er da! Ah, der hat mir das angemacht! Er wollte nicht zu sehen sein! Okay! Aber jetzt bin ich entspannt wie das weiter funktioniert! Aber mit unserem zweiten Teil! Jetzt geht das weiter! So! Achtung! Ich weiß auch nicht! Wie gesagt! Ich habe alles ein bisschen ausprobiert! Letztes Mal! Aber ich weiß, dass ich einfach viele... Ah! Hier kann ich die Karte vergrößen! Ah! Gute Sache! Gute Sache! Gute Sache! Aber jetzt! Ähm! Hier war ich fertig! Hier war ich fertig! Letztes Mal mit meiner Drescher! Oh! Er hat alles gemacht! Ja, jetzt musst du das aufsammeln! Ja! Mit dem Traktor dann! Ja! Mit dem Traktor dann! Ja! Pico Bello! Ähm! Ja, ich muss erst mal... Erst mit dem Bord, oder? Ne! Okay! Erst muss der einfach... Ich muss einfach wiederkommen mit meinem Traktor, das zu leeren machen! Pass! So! Jetzt... Gib mal ein bisschen Gas! Jetzt! Jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich muss ähm... meine... Kann das so schauern oder nicht? Ja! Kannst du fahren? Okay! Jetzt ist etwas neu! Oh! Oh! Gibst du Gas, oder was? Ja! Ich gib Gas! Aber du musst... Warte mal! Du fährst viel zu schnell! Wie viel zu schnell? Hallo! Traktor! Das ist einfach auch das Fahrt einfach 45 km! Du musst einfach zu den Drescher gehen! Ach so! Und der Drescher ist einfach links! Ja, mach mal! Ah! Das ist einfach lustig einfach! So! Nicht so schnell! Drescher kommt! Drescher kommt! Er ist vorne! Warte! Warte! Ich weiß! Ich kann auch äh... das vergrößern! Ah! Guck! Guck! Äh... Jetzt hier vorne! Fahrn ist er! Jawohl! Jetzt musst du gucken, dass du bist einfach... Unter dem Rohr! Ja! Jetzt langsam auffahren! Ja! Ich fahr langsam! Neue! Na! Das ist ein Sturr korrigieren! Ich ist schnell mit dem Gas! Stopp! Jetzt! Jawohl! Wir haben es geschafft! Ah! Das ist unser Füllmengel! Das ist die Füllmenge! und dann wenn voll ist und dann müssen wir es wegfahren ja, weil ich kriege das nicht voll wahrscheinlich, weil das ist ein kleiner Engel ich habe erstmal keine Geld einfach für den Moment ich muss gucken, wie ich keine Fahrer Sachen verkaufen und für den Moment habe ich schon das werden die meine zweite Fahrer mit Weizen aber ich habe auch vergessen ich muss noch meine andere Elfer dran arbeiten lassen jetzt kann man wegfahren wo hier, rechts? ja, nein, links links war aber echt nicht so schnell wow, ich sehe schon nichts da muss man einfach da rüber gehen ich zeige dir auf die Karte hier muss man gehen, wo die weißen rund sind da kann ich abladen das geht einfach voll voll ab die ja auch langsam wieder wir müssen so jetzt hier wo wird zurück und also wenn man wenn es nicht langsam langsam auf langsam Langsam. 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 So. So, und jetzt musst du E langt, rechts, dieser Beton-Aspalt verfolgen. Und dann kommt, äh, hier wieder, rechts. Langsam, langsam wieder. Und dann, Moment mal, für die Silo, wo ist das einfach? Ich hab's gesehen, letzte Mal. Silo muss einfach, äh, das ist der Ober jetzt, oder was? Ah, hier. Bei BIM, oder BIM, keine Ahnung, wie ist das, gestimmt. Aber weiterfahren. Sowieso. Und dann wird Zeit, wie ich auf die rechte Seite... Ich glaube, ich zog mich mal auf der X2-Wand. Ähm? Aber schon, wenn das auf der X2-Wand war. Ja, die haben ja auch das, warum du noch... ... in der X2-Wand. Du bist ja schon. Ich mach mir voll Koffen. Natürlich. Ah, hier ist das. Wir haben uns verfahren können. Hier steht die Silo. Dann ist er weg. Ja. Langsam. Ja. Fahren schön langsam. Langsam. Alter, du Küchenmann. Und jetzt wieder so her, du Luft, gell? Und jetzt wieder so her, du Luft, gell? Ja. Langsam. So auf. Langsam. Jetzt langsam hochfahren. Ja, manchmal. Aber ich muss jetzt rückwärts, rückwärts. Ja, warum? Weil... Weil... Ne, das passt. Ne, das passt nicht. Ja. Ich glaube, wir fallen runter. Ne, wir fallen nicht. Okay. Fahr langsam, ganz langsam. Ach du Schein. Ich glaube, wir fallen durch. Ne. Ne. Ja, ne. Oh, mein Lieber! Mach rein. Stoff. Ja, und jetzt muss man in Laudlinie. Guck, jetzt. Oh, ja. Ja, doch, ja, ich hör nicht. Ja, ja, ich hab einfach. Ja, ne, ich hab einfach. Ja, aber jetzt im Ofen, weil ich muss gucken, wie haben wir noch das Material für Sammeln, das ganze Stroh. Ich muss gucken, wie haben wir das Material für Stroh zu sammeln. Also in den 17ern kommt, wenn so ein Ort wird, ob die Sieger machen, dann wird auch das Buch holen. Ja, stimmt. Ja, holen wir euch dann. So, gell? Nein, ich bin gerade auf. Ja, ich hole mal. Ich gucke mal, wie viel es kostet. Nein, ich weiß nicht, es kostet 50, 60 Euro. Das haben wir ihn doch zur Links gemützt, oder? Nein, erst mal danach. Danach kommt hier, hier. Da ist die Farbe normalerweise. Aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wo steht dir das ganze Material vorraten. Ich bin so wie euch, ich andecke das Spiel wieder für das zweite Mal. Und da brauche ich auch etwas an Überblick einfach, weil das ist schon riesig gemacht. So, aber wo steht Material einfach, hier steht nichts einfach. Aber wahrscheinlich einmal gar nichts für Stroh zusammen. Ja, ich habe auch die Finstern gezogen. Das war auch super. Das ist doch jetzt wieder zum Mähdrescher. Nein, ich muss gucken, wo ich kriege einfach, aber erst abwarten. Wir gehen zum, äh... Oh, ein Zug? Ja, wir haben zwei Züge. Jetzt muss ich dann einfach, das ist ein Helfer. Er arbeitet für uns. Ich mache, äh... Ich mache, äh, Heier-Urker, so Helfer. Und dann geht er weiter mit... Alles wegmachen. Dann jetzt kommt der und muss einfach weiter, äh, planten. Und ja, gestern, die letzte Mal habe ich gesagt, ist das Efe, aber nee, das ist kein Efe, das ist Weizen. Das weiß ich auch jetzt. Entschuldigung für die kleinen Fälle von mir. Wie viel kann man da machen? Ja, kann man viel machen. Es gibt ja eine Begrenzungszahl an Helfer, oder? Nee, noch mal nicht. Ja, wenn das nicht, äh... Aber gut, jetzt muss ich... Und dann ist er bildet, ich denke, blöde. Gucke Garage, was habe ich in Garage? Guck mal, ich habe drei Karte. Ja, stimmt. Andrescher. Und, äh... 16.000. Ja, aber wo sind die Geräte? Was habe ich für Geräte? Weil ich brauche etwas für Stroh zusammen. Ich sehe. Ja. Gucken mal, gucken mal, was die Feldmaschinen kosten. Die Feldmaschinen? Feldmaschinen, komm. Hellmaschinen, wo man hat, Bäumefälle, die sind geil. Ah, Moment mal, äh, ich gucke einfach. Aber da gibt es ja gar nicht schwarz. Ja, ja, das gibt LKW einfach, das gibt auch, äh... Ah, hier sind die... Forester-Equipment. Ja. Okay, select. Ein 8-Camp. Ach, du Scheiße, ey. Das gibt einfach so geile Dinge. Da hast du etwas für die Bauwünsche, zu schneiden direkt auf deine... 5000. ...auf deine Traktorenfahrt. Dann hier ist noch etwas, um die Bau zu sammeln. Dann, was sind die Enger? Ja, kannst du auch mit dem LKW-Fahrer, ja. Ja, natürlich. Ey. Und hier sind einfach noch die, äh, Liebert. Kennst du die Liebert? Das sind diese Frontlader. Ja, Radlader. Oder Radlader, ja. Entschuldigung. Was? 145.000. Ah, ja. Und... Aber... Moment mal, etwas intrigiert mich. Welter Loader? Norma... Ah. Forester, ja. Ah, hier sind die... Ah, guck mal, das gibt einfach... Normalerweise kriegt man auch die große Maschinen. Ah, die große Maschinen, das sind die. Ah, 188.000, Jonas. Ah, das sind die, die, äh, Käthe, schön eingebaut. Aber die ist, kannst du noch mehr Geld. Da kannst du noch die, äh, äh, die Baum direkt, äh, aufladenfach. Und die ist noch einfach geil. Boah, 317.000. Aber was ich hab' gehört, das gibt auch sehr viele Traktor mittlerweile jetzt. Ich kann einfach hingehen, Moment mal. Moment mal. Oh, chains, Ray. Werde, nee. Dann ist, wir drehen. Äh, Traktor, Traktor, wo ist das? Ah, ja, jetzt, hier, guck mal. Jetzt, äh, im Auswahl, Traktor sind sehr viele Leute jetzt. Das gibt schon die, äh, die, äh, die bekommen, die damals im, äh, äh, Simulator 15, diese Ulliman, Seetor, Steyr, New Orleans. Aber jetzt neu, ist einfach auch sehr Pferde günstig, die sind dabei. Und dann Fans sind dabei. Da gibt's auch Lamborghini, gell? Ja, da ist Spaß, da war auch dabei. Ja, da hab ich den Jonas gehabt. Ja. Aber die Fans, die sind geil, die Fans. Aber auch, die sind auch einfach, äh, nicht billiger. Okay, 111.000, die, die erste Fans. Waltra sind dabei, ja, die waren auch schön. Dann die, äh, GCB. Masse vergüssen. Ah, der Lamborghini. Ja, Lamborghini. Ach du Scheiß, 189.000. Das ist schön, äh, viele. GCB, Steyr. Ulliman. Touchpass. Boah, der kostet auch viel Geld, ey. Masse viel Gessen. Fendt. Puh. Oh, abgeschützt. Oh. Challenger. Ach guck mal, der, der ist geil, ey. Quadtrack, 412.000. Okay, aber jetzt wollte man das einfach nicht, ich wollte einfach jetzt, äh, diese Maschinen für Stroh zu sammeln, so, wo ist die Maschinen für Stroh zu sammeln, ich muss gucken, ist alles für mich auch ein Neue, auch immer, ich muss gucken, kann ich vielleicht einen Kredit machen. Das wäre auch optimal. Ja, ja. Äh, Moment mal. Herrgoster, was für waschen? Ja. Ja. Loh, den Waggon. Jetzt habe ich... Jetzt. 31.000. Ach, du liebe Gott. Ach, viel zu teuer. Mit 16.000 kann man gar nicht mal die Runde. Ach, wie. So, ich muss sagen, wenn wir uns etwas verkaufen in Lade, ja, wo wir uns bedrehen, ja, mit dem dort ist so, wie wir da, das mehr Treffer hier noch. Ne, die Mähdrecher ist leer. Ne, 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 ne. Autos hat noch so ein Jahr, Buhu, buh. Aber ist das Gelder? Ja, das Gelder, bist du froh, hallo? Ha, hallo, hallo. er will so Prozent mehr als das Geld in das Stroh vor das Strom muss ich sagen wir haben geredet aber die Gülsing Kost 1 30.000 aber dafür muss ich schon warten will er guck ich war ich kann einfach Kredit machen aber bei der Ordnung ich weiß dass das funktioniert mit einem Tast den Wiesnachstum irgendwie funktioniert das auch nicht mehr jetzt schlecht ich weiß auch nicht wo kriegt man Kredit einfach ich kann auch fahren mit der Tastatur durch die Schwung die Stuttgart ich habe kann wohl ja wenn das umgestellt ist mit Prozent Kredit ich muss die Teuer als wieder gucken war jetzt kommt man denn das Geld geht fort wir müssen erst mal wieder zurück im Silos und dann wieder Sachen verkaufen das wir dann einfach wir kaufen verlieren sogar Geld ja weil ich habe Elfer reingestellt aber ich kann nichts machen wir fahren wieder im Silos, wo wir waren und dann muss man Sachen verkaufen da musst du zu hinfauen ja wieder zurück wo wir waren ach so du weißt die Rückweg oder? ja kann man das nicht mit dem Auto hin mit dem Auto wie? durch eine Autocad eben ja gut aber wir müssen aufladen willst du Efe oder Kananu alles aufladen einfach so mit einem LKW nee dann brauchen wir zwei, drei Stunden einfach aber du meinst du bist mit dem Auto zum Silo also musst du nicht zum Silo fahren ja ich muss hier, wir müssen zurück auf dem Silo machen wir die Kamera wieder anders so kannst du nicht fahren nee das äh halt, 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 halt jetzt nee, gerade wie gerade? wie steht das verschillt? ja wie, die steht zu schillt? wieder angerufen ja los, los mal langsam wieder kurven schon mal langsam langsamer ja 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 wo fährst du? Achtung, das kann man auch gegen die Werke Das ist hier, oder? Das ist weg als so schnell. Das muss man auch. Ah, hier ist das. Okay, aber jetzt muss man gucken, wo sind... Ah, die Düse ist da noch rüber. Okay. Ja, wir machen langsam. Zurück. Zurück. Ja, kannst du auch einfach so fahren. Was? Wohin? Ja, hier musst du einfach. Ja, das ist vorgeschnitten. Ja, doch. Nein. Guck mal, das ist keine... Keine Baum einfach, oder? Ja. Jetzt hier abdrehen. Ja, das geht nicht. Das pack ich nicht. Ah, fahrrad. Der hat auch. Der hat auch. Gucken Sie. Ja, mal eins. Aber jetzt... Ach, ich muss mal gucken. Ah, hier ist das. Okay. Ich muss sagen, dass die Silo sagen, was weiter geht. Zurück. Aber jetzt auch weg. Warum zurück? Ah, weil dann da mal Kehrung sein muss. Muss der Hänger sein. Ja. Ah, Startfilin. Ah, ja. Okay. Gut. Weizen kann nicht alles verkauft. Das kann nicht verkauf. Das kann nicht verkauf. Das kann nicht verkauf. Das kann nicht verkauf. Südenflaue. Säubeen. Korne. Verkauf mal erst. Erstmal in die ganze Weizen, oder? Ja, ja. Ich krieg sowieso was zu tun. Ah, jetzt ich muss gucken, wo kann man das verkaufen? Was kann man das verkaufen? Ja. 8000. Aber wo kann man das verkaufen? Ah. Ja. Kann man das nicht auch so Navigation anmachen? Nee, das ist so ein Problem. Ihr muss mal fahren. Weil diese Gold-Forest-Pasifik. Oder ist das Gold-Crest-Pasifik? Ja. Du musst hoch. Ja. Und dann die nächste links. Ja. Und dann rechts. Ja. Dann bin ich eigentlich da. Ja. Okay. Ja. 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 Ich hab gedacht, dass du nichts machen. eenth mal holst, was kasih dir. Du kannst auch allesioveel Gas zauen. Oh. Und ich bin元 over the queue. Daß da recht, oder? Wies hab ich hiero. Hey. Aaaaaauà. Uhuäh. Uäh. ische inviteration Ich geh noch einfach auah. Jetzt ist mir angefangen. Ich geh einfach oha uoh. Eier dicht. Ja. Ja. Kann ich mit. Doch. Jetzt gibt es zwei Tür, oder? und jetzt kann man auch wieder ah hier ist die Straße welche Richtung das ist unser zweiter Teil aber mit alles wieder zu suchen wie das funktioniert und dann muss ich wieder hoch wieder nach links Kreuzung danke ich habe meine Spezialnavigation mit und danach muss ich ja noch mal zwei normal muss ich hier dann hier Was auch sehr neu in die Spiele ist, es gibt Missionen zu machen und da kann man auch Geld verdienen, aber ich weiß auch nicht, wo sind die ungefähr, kannst du nur die Missionen? Und was muss man schon warten? Ja, dann kriegst du die Traktor ausgestellt und dann musst du Arbeit für einen Bauer machen. Und dann kriegst du dabei auf seinem Feld Geld gut geschrieben und dann kannst du auch das Feld später kaufen, für nicht so viel Geld. Da kann man einfach auch testen. Ah, hier ist das. Und jetzt mal gucken, wie viel Geld ich kriege. Nur mit 8000. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Ah, guck mal. 2.000. 4.000. Aber man merkt einfach. Ich guck einfach die Missionen. Normalerweise, ich hab gesehen, dass wir... Es kostet 5.000. Ja, aber ich hab gesehen, dass wir nur auf dem Feld gehen, wo das ist zu verkauft, und dann mach schon die Missionen. Zum Beispiel Iris, zum Beispiel... ... äh... ... äh... ... Sonnenblumen zum Anfang... äh... ... zum Ende. 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 Ja, wo sind die Missionen? Weil ich weiß, es gibt Missionen. Da kannst du einfach... ... Missionen machen. Oder ist das bei die blaue wahrscheinlich. Die blaue Punkt. Zum Ende zum Ende. Dann fahr' ich bei die Blaue zu gut. Hier, die blaue Punkt. Mal gucken. Blau-Punk ist wieder zu kaufen, oder? Ja. Und los hier? Nee. Ja, ich habe gesehen, dass noch mal einer der ist gefahren zum Feld und dann war die Mission entfahren. Und da hat er einfach so etwas geändert oder er hat etwas gefahren. Ich guck mal im Menü. Vielleicht ist das einfach im Menü. Ah, hier kann ich auch einen Kredit machen. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja, dein Arschleck, ich nehme Kredit einfach. Ich habe keine andere Wahl. Okay, wir nehmen Geld. Wo habe ich gedrückt? Okay, wir nehmen Kredit, fertig, auf. So, die kostet 30.000, dann nehme ich 100.000. Hopp. Jawohl. Danke. Jetzt haben wir Geld. Okay. Und dann müssen wir jetzt das Teile kaufen. Das ist die. Die kostet 31.000. Die kaufen wir. Die kann man auch einfach Leasing machen, aber dann kostet das auch 3.000 Euro am Tag. Da kann man schnell plant gehen. Und dann nehmen wir. Lieber neu kaufen, fertig. Okay. Okay. Jetzt muss man was wiederfahren in den Farben. Wo ist das? Richtungmäßig? Ich, äh. Denkst du, ne? In der Tür. 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 Hallo, Kollege. Ja. Oh. Oh. Jetzt mal zum Farben. Ah, hier ist das, oder? Nee. Nee. Ich hab nicht was verpasst, aber muss ich da unten geh. Oh. Schlechte. Was da unten. Oder? Ja, Frau Mann, wieder zu. Ja, guck dich nicht. Ja, ja. Oder den Traktor wachst. Wenn jetzt mal kein Zukunft. Haha, ne, die Zuge... Irgendwie hab ich das Gefühl, dass wir müssen dasselbe fahren. Oh, das wird aber stark da. Ui. 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 Ah. Jetzt hab ich das gefunden. Hahaha. Schnelle Wege. Das ist die Abkürzung. Aber jetzt stehe ich einfach die enge Regeln, wo? Ja, guck mal, Brasil. Oh, einfach aufstehen. Okay. Und jetzt muss ich gucken, wo steht die Schöpfe. Ah, die Schöpfe. Ich hab keine Ahnung. Oh, das ist weit weg, eh. Was? Guck mal, ich muss darüber auf Schöpfe gehen. Guck mal, ich muss darüber auf Schöpfe gehen. Ah, die Schöpfe. Ne, das ist doch in deiner Form, oder? Ne. Das muss ich abholen. Was alles du kaufst, du musst das abholen im Shop einfach. Oh, das wünsch mal. Äh, dann muss ich einfach irgendwie gradaus, oder? Ne, gradaus und dann rechts. Ich bin wieder auf die Straße. Rechts? Wie rechts? Ja, ich kann einfach auch ohne die Straßen machen, oder? Ja, fast über das Feld. Aber da rechts muss ich jetzt. Und wieder rechts. Rechts? Ja, oben. Ne, zwei, ne. Ja, und die, die Traktor sind nicht so schnell für den Moment, oder? Ich mach immer besser diese Innere Ansicht. Also ich find tatsächlich nix. Hm? Nix? Ja, normalerweise muss ich gucken, wie kann ich einfach das Wenige so machen. Jetzt stopp. Ja. Ich mach eigentlich. Eigentlich wo? Jetzt muss ich links, oder? Ja, ich rechts, oder? Rechts? Ah ja, rechts. Absolut. Hab gedacht links? Ja. Ähm. Autoverkehrer. Jetzt sind wir auf Autobahn. Ja, schon ungefähr in die Achtung. Die beiden Elferer haben fertig mit Arbeit. Die beiden Elferer haben fertig mit Arbeit. Ja. Das ist so weit weg, hier. Das kannst du schon. Das kannst du schon. Der ist ganz inne jetzt. Jetzt gibt der Gas. Und das ist geil, wenn man dann mit LKW da fahren muss. Ja, natürlich. Weil, äh, wenn du als Fendi sind riesig, dann brauchst du einfach, mit einem LKW kann schon viel, viel Lade und dann kannst du einfach auch viel Geld dann auch wieder verkaufen und Aber jetzt ist neu in das Spiel haben die, jetzt, äh, Schwein reingefügt. Und das ist einfach auch, äh, eine neue Sache einfach. Aber die haben auch das gut bearbeitet, wie die Tiere. Ich fand so ein Schloch davor, oder? Äh, wie ist ich jetzt? Links. Ihr, oder? Mhm. Und jetzt die Tiere, die, äh, sollen wir einfach, die bekommen wir auch nicht mehr geliefert. Die muss man auch selber wohnen, einfach mit einem Engel. Spezialen Engel für die Tiere einfach. Ja, links. Egel, ja. Und ihr? Egel, ja. Egel, ja, links. Ich bin der Zeit. Links ist das. Links. Links. Ropp. Ich kann mich auch nicht. Die Lüge. Ich muss auch so rumgehen. Ah! Erst Unfall. Hahahaha. Entschuldigung. Ich hab nichts gesehen. Hier muss ich wieder links. Und dann irgendwie wieder... auf den Hof drauf drauf, da. So links. Hier, oder? Ja. Jetzt wieder links. Ich sehe immer links, da. Ah, hier, ah, ok. Ja, wo ist meine... Hallo? Ich hab etwas bestellt. Hallo? Ich komme mit der Sammlung. Ah, da rüber ist das. Ah, ok. Ah. Voll gut gemacht. Voll gut gemacht. Die Falsche. Ok, jetzt haben wir das. Und wieder das Wege. Das ist aber voll kompliziert. Das kommt... Ich soll ein bisschen fahren. Ja? Ich soll ein bisschen fahren. Ja, ich fahre. Ja, ich fahre. Kann sie sehen, das ist eine Autobahn. Geradeaus. Ok. Schöne Langsamkeit. Ach, ich fahre. Ich fahre, ich fahre jetzt bis das Feld. Und dann machen wir Schluss. Und dann den Teil. Ich fahre jetzt auch einfach. Ich glaube auch in 30 Minuten. Dauert noch, oder? Und jetzt, äh, wo ist das Feld? Fällt, Fällt, Fällt. Und dann alles wieder zurück. Und dann. Alles wieder zurück. Das Feld steht hier. Ich fahre jetzt. Das ist die nächste, oder? Ja. Oh, das ist die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. Das ist mit Zug kann schon fahren. Ja, mit Zug kann schon fahren. Aber wie ich habe gesehen, das sind jetzt zwei Zug einfach. Ich habe gedacht, das ist einfach nur eine, aber nein, das sind zwei. Und die Zug kann schon aufladen mit deinem Wasser alles, was du nimmst einfach, was du anbaust. Ah, jetzt verstehe ich ein bisschen die Punkte einfach. Siehst du, aber drei Punkte auf die Karte und das sind wahrscheinlich die Geräte. Und der Drescher, der war auf die Fendt Nummer 12. Das hat die Fendt Nummer 12 mehr. Das hat die Fendt Nummer 14. Das hat die Fendt Nummer 14. Das ist der Nummer. Ah, 5.14 oder nicht? Hier, nein. Hier muss das sein, oder? Hier, ich sehe, die Fendt Nummer 14. Das ist ja auch nicht so am ganzen Tag. Hier steht Naja und hier ist das ein völliger Blick. Der ist ja auch nicht so groß. Hier ist ja auch nicht so groß. Ja, ich sehe, das waren die Vierzehenden. Hier ist ja auch nicht so groß. Das hier ist ja auch nicht so. Das ist ja auch nicht so groß. Aber man kann zu viel umwegen. Hier hat er ein Blutland. Ah, hier ist das. Ah, okay. So, okay. Dann ich habe vorbereitet für die nächsten Teile. Bleibt wieder dabei und ich und meine Kollegen, wir verabschieden sich heute für euch. Ciao. Ciao.